Inventory Full Ja ja Ok In der Mitte dann eine Säule hochgehen lassen? Ja Würde ich so machen Ja Was soll man da sonst einknallen? Ja ne So Du? Voll verkackt Ja genau Schmeiß weg Letzte Statue Mhm Was Dann ist das auch schon mal weg Was in den Tunnel Full? Ja 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 Na Ja 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 Na Ja 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 Okay, ähm. Und nette Rollen, oder? Mhm. So. Und dann geht es eh mal. Ja, so rum. So rum. Puh. Dürfte so richtig sein, glaube ich. So, so, so. Hast du schon die Treppe? Nö. Oh, die Laufstellgabel. Hm. Aber nicht das Problem. Ich weiß nicht, ich stehe im Weg. So. Ja, alles gut. Du standest jetzt gar nicht im Weg. Ich hab dich nur machen lassen lassen. Oh, so. Ja, das passt hier sogar noch. So. Aber ich glaube, das, das ist mit Lüschweißer zu machen, ne? Würde ich sagen. Ja. Aber da musst du halt mit dem Kleinen rum. Da brauche ich mal Träger. Warte mal. Dann brauche ich... Davon zwei. Und ne Tür. Und blöde Schweißer ist sogar leer. Ja. Hm. Ist doch gut. Oder? Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ja gut, jetzt hab ich nur für eins mitgenommen. Aber das reicht ja zum Platzieren für den hier. Hm. Natürlich drei gebraucht. So. Ja. Nein. Ja. 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 Fuel low. Alles ist low, low, low. Oh. Und du willst hier in der Ebene dann direkt, ähm, Kommandoraum? Ja genau. Ja, das ist ja irgendwo, irgendwo werden wir uns da mal hin, hin platzieren. Wenn's gut läuft. So. Warte mal. Das brauche ich denn für die interne Panzerung, die ich da hauptsächlich jetzt hernehmen müssen. Aber. Ja. Das. Ich will da schon hin. Achso. Herstimmungskomponenten. Vielleicht noch. Wo sind's denn die Luder? So. Sollte natürlich im Idealfall in Richtung. In Richtung. Hier vorne hingehen, ja. Ich hätte vielleicht nicht alles genommen. Hm? Wie? Warte mal. Jetzt hab ich da drei. Drei. Achso, ne. Die will ich nicht ausbrauchen. Ähm. Achso. Hier bin ich nicht. Und. Und. Uno Stegos. Das. Wurde ich. Wurde ich mal behaupten. Mhm. Ich hätte nicht sitzen gelassen. Bin ich ehrlich. Ah. Woran geht's nicht? Warte mal. Nein. Ich möchte nicht neu respawnen. Weil die ganze Zeit stehen während die Rakete offen ist. Warum hat doch keiner gesagt. Das machen wir jetzt. Das sind die zwei, die da hinten liegen können. Das sind die zwei, die da hinten liegen können. Oder so. Dann lassen wir's hier hinten. Dann geht's eh nicht. Dann geht's eh nicht. So. Genau da oben will ich nichts haben. Mein Gott. Manchmal. Heigelt's mich. Glacierende ist halt ne Gewöhnung. So. Da jetzt. Treppen. Glaube ich. Entweder sie. Wir machen's so. Oder wir nehmen schmale. Ne. Ich würd die Breiten da schon nehmen. Hä. Ja. Du hast ja links und rechts dann immer noch den Gang durch. Weißt du? Bin ich da vorne ein zu weit raus? Ja. So. Hm. Irgendwitz stimmt da nicht. Achso. Wegen der Treppe. Ja. Aha. So. Und da kannst du jetzt deine. Deine Dings drauf platzieren. Ja. Ich mach's gleich. Ich muss erst nochmal runter. Würde ich jetzt mal so sagen. Und hier gibt's so. Wie. Oder ist das? Ich mach's. Du. Ich mach's. Wierd. Und hier. Dsch. Wie denn das? Ja. Du. so das doppelte wäre voll geil aber das wird sich so nicht spielen ich überleg gerade nur dann werden wir das so machen beidseitig wird ein bisschen schwierig das stimmt als rum wie wir das sagt natürlich auch kannst du setzen so da brauchen wir so eine ecke oh fuel low ist nicht so geil jetzt ist das weg das weg ich glaube darauf kommen es muss ja nicht immer alles super semmetisch sein und danke inventory voll jetzt merci und gehe ich mich mal aufladen ja du darfst gerne was du so an ideen und infotast ein knallen ich bin gerade auf der dächtig das licht soll ich machen machen einmal auf tanken das mache ich über den tank geht schneller glaube ich vor allem weil da schon volle flaschen noch drin liegen noch haben wir überall die wege hin mhm so achso jetzt wollen wir jetzt mal das länder da fertig machen achso da unten ist noch kein steg steg yes ja gut da kann man eh nix hin platzieren ja das wär mal so der grobe ja ne lounge ist immer gut ja ja die lounge habe ich mir mal einfallen lassen falls ein paar gäste beim start dabei sein wollen mhm mhm das stimmt weil die kommandosätze die sind ja wirklich reserviert und mit display haben wir da oben jetzt auch hin über der couch ja gut hier händen wir auch einen ich will eh ein paar mehr mehr vielleicht machen mhm ursprünglicher plan von mir war eigentlich vor die kommandosätze direkt die displays zu hängen weißt du aber das passt hier nicht immer deswegen habe ich die ja unten auf dem boden platziert oh das könnte man immer machen das ist ja das ist ja sogar machbar sooo äh schaut das schon viel besser aus und da noch ne konsole hin gländer wie es die nase auf der erde hat weißt du ja 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 ähnlich halt ja hab ich so hatte ich mir das ursprünglich auch vorgestellt äh von oben ist besser schade nur dass es die Displäse beschrift wird die was? dass die displays immer nur gerade von unten und oben gehen und so ach so ja schätze gerne schräg das wäre nicht schlecht bei manchen momenten gerade wie jetzt zum beispiel äh äh ich hab gar nichts mehr okay ja dann nicht ach so ach so das mit der Energieversorgung ist auch noch so ein Thema ne? hm so schauen wir mal was wir jetzt noch hinkriegen hinterher ja 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 das wird langsam Außer... Ha, ich hab's gewusst. Okay. Ja. Gut, den Nice hole ich jetzt schnell mal. Außer du machst das jetzt fertig und ich flieg umsonst. So ist das nämlich auch. Ja, wunderbar. Sag doch was. Was? Interne Panzerung fehlt da noch bei den Treppen. Die hab ich nämlich nicht. So. Fast, das schaut schon mal ganz gut aus. Weil das Einstellen ist ja dann eh eher so wirklich die Sache, glaube ich. Genau. Was mich jetzt mal interessiert ist das mit der Laser Antenne. Was? Äh... Mhm. Kyle Rinschitz... Junior... Auspuff. Oh, das ist... was anderes. Auf jeden Fall nicht unseres, na doch, irgendwas mit Viki. Aber warum? Du stößt mal kurz zur Beunsel und guck was die macht. Zeit, 1, 2, Zeit, Start und Zeit, Ende, ist das eh hier die, ach so, vielleicht sollte ich das, na ja, ist hier schon mal zumindest das fertig. Äh, ja. Ja? Was? Kolben sind abgefallen. Die, die Kolben sind abgefallen. Der Bohrkopf lebt unten im Loch. Ach so, okay, ja gut, das, hm, das war klar. So, das ist der Teil. Und dann, dann so, das war lustig. Okay. Sehr gut. Aber. Das, äh, muss ich mir nochmal angucken. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt da drüben an, aus irgendwas ist. Hm. Ja, das, das müssen wir mit Viki machen, die Vernetzung. Ja, dann ist das ja soweit schon mal abgeschlossen, ne? Zumindest für den Start. Hm. Da müssen wir... Startvorbereitung soweit abgehakt. Ja, dann halt nur noch alles, alles rein und... Irgendwas muss ja auch immer Viki tun, ne? Ja, gut, ich mein, der hat schon... Ähm... Ja, Wetter, Wetter ist doch gut. Ja, würde ich auch sagen. Ruhe Zeit und Wetter brauchen wir ja nur. Mhm. Wir wollen ja nicht beim Sturm, äh, die Rakete schicken. Ja gut, Gott sei Dank haben wir das Problem hier nicht so, aber... Also, wären wir noch nicht aufgefallen. Die Sturm ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ah, wir schlafen ja auch sehr viel. Ja, daran könnte es vielleicht wiegen. Ähm... Gut. Das ist... Ist nicht... Da, knallen wir einfach auch was rein und... So. Sehr gut. Ja, dann... 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 Ist das mit der Rakete ja dann bald einsatzbereit. Sehr gut. Würde ich auch sagen, ne? Dann hauen wir uns hin, bis... Bis Wilkie aufsteht, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Gut. Äh... Äh... Ja, dann... Das können wir ja schon noch... Siehst mal, ich... Würd gern bei dir da auch noch reingucken. Hat sich da jetzt schon was getan? Ähm... Der... Die oberen Räume sind soweit gezugsfähig. Fertig für unsere Leute. Mhm. Und ganz oben hab ich jetzt... Ich hab jetzt so gesehen nur den Boden von denen, ne? Ja. Kannst ja mal ganz oben rankommen. Da fängt das ja schon an. Aha. Uh... Mit Dachterrasse und so, ne? Ja, ich... Käfe nur vor, genau. Das... Das ist was Kleineres hier. Für Gäste. Genau. Was ist das dann für ne Mittelebene hier? Ist nur ne Mittelebene, oder? Äh... Mittelebene... Da wollte ich noch ein... Noch ein Zimmer reinklatschen. Achso. Okay. Und hier oben hätte ich dann die Mittelebene gelassen. So als Abbrellung zwischen unseren Stockwerken und Gästen. Mhm. Ja gut, da... Dass man hier so ne Lounge oder so noch reinsetzt. Ja, da... Hätte ich Ideen. Mhm. Dachte ich mir schon. Verkaufsautomaten und sowas. Und das sind dann die richtigen... Genau. Und das sind dann die Quartiere für unsere Jungs. Mhm. Du hast dich ja schon oben in deinem Tower niedergelassen. Ja. 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 Und Platz gründen. Ich mag das Haus dadurch, dass du da den Boden und so doppelt gebaut hast. Mhm. Hier oben habe ich dann nämlich auch schon den Boden soweit gemacht. Hier habe ich... einfach nur alles grau gelassen wegen... Die Leute sollen sich selbst einrichten. Ja. Ja. Klar. Und hier ganz oben hockt halt... Bauchef. Aha. Ja. So... So soll das sein. Das... Das einsame Bett. Mhm. Noch. Schön. Ich bin doch am überlegen, was ich alles hier mit reinsetze. Das wird doch so langsam. Ich habe ja jetzt genug Platz. Und die Aussicht ist halt geil. Mhm. Nach überall hin eigentlich. Ja. Ja. Nur nach hinten nicht. Also Richtung Eis oder was. Das ist ja relativ. Ja gut. Sehen wir so einen Bombenkrader. Ja. Nice. Und ganz oben ist... Ein Dachterrasse. So. Mhm. Ja, da könnte man ja... Uah, uah. Landepads. Also ein Landepad draus machen. Einfach ein Haar draufschreiben. Nicht zum Aufladen oder irgendwas. Sondern einfach nur... Links und rechts wollte ich noch zwei Antennen hochzimmern. Ja. Und dann passt das ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Von außen hat es ja auch noch wunderbare Form, ne? Ja. Ja. Es muss halt dann noch dekoriert und so. Aber... Ja. Das kriegen wir schon hin und beleuchtet hier die... Die... Ja, das... Da wollte ich dich bitten, ähm... Naja, das mache ich dann schon. Das ist echt... Das ist keine Zweifel. Du hast ja schon deiner Erfahrung gemacht. Mhm. Mhm. Ja, gut. Nice. Ja. Sieht lecker aus. Ja, das wird auf jeden Fall. Und das All machen wir ja vielleicht auch bald unsicher. Mal schauen. Oh ja. Nächste... Aber dann noch auf den Sauerstoff achten. Hahaha. Ja, das... Da sind wir jetzt ein bisschen verwöhnt. Das stimmt. Da haben wir auch gar nicht so... Mhm. Mhm. Oh ja. Gut. Dann, äh... Hau ich mich hin und...